Moin Moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für Kerbal Space Program und wir hatten ja unseren Wissenschaftler den Bob aus seinem etwas missglückten Orbit gerettet und die Wissenschaftsdaten abgegeben an der Raumstation und jetzt wollen wir als nächstes natürlich noch dafür sorgen dass sowohl Bob als auch Valentina in einem Stück zurückkommen. Das ist so einfach jetzt natürlich nicht weil wir zwei Hitzeschilde in unterschiedliche Richtungen haben aber auch dafür gibt es natürlich Mittel und Wege und deshalb fangen wir jetzt einfach mal damit an. Wir schalten hier wieder auf Umlaufbahn und auf rückläufig und werden uns jetzt in einen etwas niedrigeren Orbit begeben. Wir sehen ja hier unsere Orbitwerte bei 70 km beginnt die Atmosphäre und um dort hinzukommen wollen wir jetzt natürlich erstmal eine kleine Bremsung vornehmen und das können wir relativ entspannt machen. Wir haben noch ein paar hundert Delta V mit dem wir arbeiten können und ihr müsst das hier einfach beobachten und guckt dann dass ihr so bei kurz vor 70 km den Gashahn wieder zudreht und euch da entweder langsam ran tastet oder halt ein bisschen Abstand lasst wie es euch besser gefällt. Wir haben jetzt 16 Minuten bis zur Periapsis und das sieht man hier ganz schön. Wir können jetzt einfach ums schnell zu halten hier hin vorspulen. Da werden wir noch mal bremsen um den Orbit jetzt weiter zu zirkularisieren also quasi ganz knapp über die Atmosphäre zu gehen. Ihr seht auch der Zeitraffer läuft da nicht mehr so schnell. Warum das ganze? Weil wir natürlich mit dieser Kapsel hier jetzt einen Wiedereintritt schaffen müssen und den wollen wir natürlich relativ entspannt machen und was wir jetzt tun ist wir werden jetzt mit diesem Raumschiff hier diese Kapsel auf einen suborbitalen Pfad schicken, dann nochmal umdrehen und uns selber erstmal nochmal in den Orbit bringen, denn wir können nicht zwei Raumschiffe gleichzeitig landen. Das geht bei KSP nicht. Wenn wir das entkoppeln wird quasi das das was nicht aktiv ist als zerstört gewertet wenn es in die Atmosphäre eintritt und nicht im Orbit bleibt und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb machen wir jetzt eine Bremsung und die machen wir relativ hart ran an die und da müsst ihr ein dann können wir uns entkoppeln, richtigen Dock Report erwischen natürlich. Jetzt ganz wichtig jetzt geht es natürlich in die andere Richtung bei der ganzen Aktion, damit wir dafür sorgen können, dass wir auf unserem Orbit bleiben. Jetzt geben wir nämlich wieder Gas, dabei drücken wir die Kapsel auch noch mal ein bisschen von uns weg, jetzt ruhig wieder aufdrehen. Das geht dann relativ schnell, weil wir jetzt auch kein Gewicht mehr schieben und jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir hier wieder über die 70 kommen in der Periapsis und dann war es das schon und jetzt können wir mit den entsprechenden Tasten. Bei mir ist es SZ und ich glaube in der deutschen, wenn man die pure deutsche Version spielt und ihr vorher noch kein Englisches hattet, ist es glaube ich die Ü-Taste müsste es sein. Könnt ihr sonst in den Optionen natürlich nachgucken, wie ihr da die Tastaturbelegung habt. So, die Kapsel ist jetzt tatsächlich auf einem suborbitalen Kurs, das heißt wir werden jetzt wieder eintreten, das heißt wir brauchen jetzt gar keinen Treibstoff mehr. Was wir aber brauchen ist auf jeden Fall ein Hitzeschild in Richtung unserer Wiedereintrittsrichtung und wir können jetzt den Zeitrafer erstmal anschmeißen, der wird uns automatisch wie immer gestoppt natürlich, sobald wir auf die Atmosphäre treffen und da das Ganze hier relativ entspannt sein sollte, müssen wir eigentlich gar nichts tun, sondern können hier auch in den Physics Time Warp reingehen und mal abwarten, was passiert beim Wiedereintritt dieser Kapsel. Unsere Fallschirme sind ja vorhanden, die sind im Moment natürlich noch nicht so besonders wertvoll, weil wir noch viel zu hoch sind und das wird einen kurzen Moment dauern mit dem Wiedereintritt, aber ihr seht, es beginnt schon Bremseffekte zu haben und das Wichtige, was wir mit diesem Manöver eigentlich gerade gemacht haben, ist, wir haben das andere Raumschiff so lange nochmal in einen Parkorbit geschickt und das wird jetzt so lange noch kreisen und wir können diese Landung jetzt durchziehen, dann gehen wir über die Tracking Station zum anderen Raumschiff und werden dann ganz gemütlich die liebe Valentina noch hinterher holen. Normalerweise hätten wir das natürlich nicht machen müssen, wenn wir es nicht völlig verbockt hätten durch das 1 zu viel Staging, aber solche Fehlschläge und daran müsst ihr euch auch gewöhnen, ein bisschen bei KSP, die gehören ein Stück weit auch mit dazu und ergeben manchmal ganz nette Neben- und Rettungsmissionen und wir haben immerhin durch die Mission jetzt auch mal das Docking ausprobieren können und gelernt und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Kapsel vom lieben Bob sauber konzipiert war und ihren Wiedereintritt entsprechend überlebt. So, das sieht ganz gut aus, ist ja auch eine sehr, sehr einfache Geschichte, diese Kapsel und wir können jetzt gleich den Zeitreffer, sobald wir ein bisschen tiefer in der Atmosphäre sind, auch wieder rausnehmen. Die Fallschirme sind noch rot, das ist natürlich erstmal ein ganz guter Indikator, dass wir noch ein bisschen schnell sind, aber ihr seht hier auch schon, der App Later wird nicht besonders stark beansprucht und wir kommen jetzt schön sauber in der Wüste runter, auch noch mit Sonnenaufgang und können dann gleich unsere Fallschirme aufmachen, sobald wir noch ein bisschen Geschwindigkeit abgebaut haben und den Bob schon mal recovern. Ich denke, wenn wir diese Mission abgeschlossen haben, also mit der Rückkehr von Bob, sollten wir dann auch hoffentlich gewertet werden, als sauber von Minmus zurückgekehrt. Das sind wir nämlich de facto mit dieser Kapsel, ja. Sollte unsere Mission auch abgeschlossen werden, die wir noch offen haben, das ist nämlich Kiraus, der Umlaufbahn von Minmus nach Körben zurück und ich gehe davon aus, dass unsere nächste Mission mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit etwas damit zu tun haben wird, auf Minmus zu landen, aber wir lassen uns mal überraschen. Sobald wir das haben, so die Fallschirme waren nicht mehr rot, das heißt, wir können sie aufmachen und ich hau nochmal den Zeitreffer rein, damit der liebe Bob am Fallschirm baumelt, nach unten fallen kann. Ihr seht ja, ein paar Kakteen, oder? Jawohl. Der ein oder andere Kaktus begrüßt uns da auch schon und wir haben jetzt mehr als ausreichend Fallschirmkapazität, um diese letzten paar Meter ganz entspannt zu überstehen. Und jetzt kann man das auch mal sehen, wenn wir hier umschalten, das ist ja das eins der neuen Features. Hier ist es zum nautischen Null und hier ist es zum tatsächlichen Boden. Also hier sehen wir jetzt, dass wir wirklich nur noch 400 Meter hoch sind. Fun Fact, es gibt eine ähnliche Anzeige übrigens hier im Raumschiff. Wo ihr ebenfalls ablesen könnt, wie hoch ihr noch zum Boden seid. Beziehungsweise hier, Entschuldigung, Radarhöhe, das ist zum nautischen Null und auch relativ gut sehen könnt, wann die Landung ansteht. Also wir sind jetzt auf sehr wenigen Metern und tatsächlich sind wir auf sehr wenigen Metern. Bevor es das gab, war das in der Kapsel tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten im Stockspiel zu sehen, wie hoch man es denn tatsächlich zum Boden hat. Und wie ihr feststellt, sieht man nicht besonders viel von dem, was man sonst so tut, wenn man in der Kapsel sitzt und nachguckt. So, wir bergen mal unser Raumfahrzeug und kreuzen die Finger, dass trotz unserer kleineren Eskapaden unsere Mission als abgeschlossen gilt. Ich bin aber ganz zuversichtlich, muss ich ehrlich sagen. Auftragsparameter erfüllt. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich glaube, wir haben ihn erfolgreich abgeschlossen. Jawohl, ist auch nicht mehr aktiv. Und tatsächlich ist das nächste, was wir machen sollen, Docken in der Moon-Umlaufbahn. Okay, dann üben wir das später nochmal. Aber jetzt holen wir als allererstes mal unsere Kollegen mit der Rettungsmission zurück nach Hause. Im Prinzip gleiches Spiel nochmal. Ganz normale Standardlandung, wenn ihr so wollt. Das heißt, wir können jetzt hier, wir sind auch gerade zufällig direkt über dem KSC. Das heißt, was wir jetzt machen, ist eigentlich mit allem, was wir haben, nochmal hart bremsen, um einfach einen direkten Wiedereintritt so gut wie möglich zu erzeugen, damit Valentina schnell nach Hause kommt. Und der Treibstoff ist jetzt gleich zu Ende. Aber wir haben noch so ein bisschen Monopulant. Das lasse ich jetzt einfach noch durchlaufen. Weil es gerade geht. Und wir werden damit natürlich nicht im KSC landen. So schnell und so steil können wir gar nicht abbremsen. Aber wir können relativ nah da hinten eine Wasserung, vielleicht treffen wir auch die Landzunge, hinlegen. Und einfach mal schauen, dass wir Valentina nach Hause bringen. Okay, also nächste Mission. Wir vertiefen die Lektion Docking nochmal. Indem wir zwei Gefährte in eine Moon-Umlaufbahn bringen und sie dort zusammendocken. Wir lesen uns das gleich nochmal in Ruhe durch. Das ist natürlich auch spannend. Ich hätte jetzt wirklich drauf gewettet, dass wir als nächstes auf Minmus landen müssen. Tatsächlich sieht es aber nicht so aus. Das Schöne ist, wir haben glaube ich relativ gute Raketen dafür schon am Start. Zum Beispiel dieses Gefährt ist vielleicht ein ganz guter Kandidat, um das Docking nochmal durchzuexerzieren. Und wir können natürlich in dem Zuge auch noch gleich gucken, dass wir eventuell das ein oder andere Experiment noch mitnehmen, was wir so in der Form am Moon noch gar nicht durchgeführt haben, um uns bei dieser Mission neben dem Geld noch ein paar zusätzliche Wissenschaftspunkte einzuheimsen. Letzten Endes müsst ihr vor solchen Missionen keine Angst haben. Docking in der Kerben-Umlaufbahn ist genauso schwer oder einfach wie Docking in der Moon-Umlaufbahn. Das ist die gute Nachricht an der Sache. Außer wenn euch Docking sehr schwer fällt, dann ist das vielleicht die schlechte Nachricht an der Sache. Es ändert sich inhaltlich einfach nicht wirklich viel daran. Ihr werdet ganz normal das Docking wieder durchführen, so wie wir es eben an der Raumstation oder an der Rettungsmission auch schon getan haben. Eben mit dem Zusatz, dass die Raketen natürlich insgesamt etwas größer sind. So, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Na, das war irgendwie ein Leerstage. Zack, wir verabschieden uns von unserer Kapsel, äh, von unserem Triebwerk und werden jetzt mit der Kapsel wahrscheinlich gegen Dotsen. Things you shouldn't do when NASA is looking. So, alles ist gut. Tschüss. Wir müssen dann mal los. Ja. Man kann zum Beispiel auch seine RCS-Triebwerke an die Kapsel bauen, um genau solche Dinge zu vermeiden. Nämlich nach dem Abdocken könnte man dann tatsächlich ein Ausweichmanöver nochmal fliegen mit dem Monopopulant, was ja in der Kapsel drin ist. Das sollten wir vielleicht auch jetzt eine kleine Erweiterung in unser nächstes Raumschiff einbauen, dass wir die Düsen etwas besser platzieren, damit wir sie nach dem Abdocken der Kapsel tatsächlich noch benutzen können. So, Wiedereintritt lasse ich jetzt gerade mal relativ schnell durchlaufen. Ich glaube, wir brauchen nicht die zweite Landung innerhalb kürzester Zeit in vollem Detailgrad durchexerzieren. Ich lasse Valentina deshalb jetzt mal relativ smooth nach unten durchfallen. Wir sehen ja hier, wie viel Platz noch ist. Und irgendwo so auf den letzten 1500 Metern werden wir mal die Fallschirme deployen, damit die gute Frau noch rechtzeitig aufgefangen wird. Das ganze Ding geht jetzt relativ schnell in den Full Deploy und dann können wir auch wieder den Zeitraffer anschmeißen und sie nach unten sinken lassen. Das kann man auch noch ein bisschen riskanter spielen. Seid bei sowas aber vorsichtig, wenn ihr nicht F5 habt vorher. Das kann nämlich auch ganz schnell, ganz, ganz fürchterlich in die Hose gehen. Und dann habt ihr einen Körbel oder eine Körbel weniger, was relativ unschön wäre. So, wichtige Checklisten immer, wenn ihr Missionen mit Docking habt. Achtet natürlich darauf, wenn ihr die Raketen baut, dass ihr auf jeden Fall Docking-Ports mitnehmt, sonst wird das ziemlich schwer. Und ihr braucht Docking-Ports sinnigerweise natürlich auch auf beiden Seiten. Und man kann in der reinen Theorie tatsächlich Dockings ohne RCS-Düsen durchführen, nur auf dem Triebwerk. Ich würde aber immer dazu raten, RCS-Triebwerke mitzunehmen und prinzipiell sollten es auch vier sein. Es schadet zumindest nicht. Auch das geht wiederum mit zweien, aber dann müsst ihr immer so komische Drehungen machen und das ist auch nicht besonders empfehlenswert. So, wir gucken uns jetzt mal die Mission genauer an und dann konzipieren wir uns mal die Raketen und bringen die in einen Anflug zum Moon als allererstes und werden uns dann noch mal intensiver mit dem Docking beschäftigen. Gehe ich zumindest von aus, wenn sich hier nichts grundlegend geändert hat. So. Also. Wir sollen insgesamt Docke mit zwei Raumfahrzeugen an oder um Moon an. Check. Und natürlich beinhaltet das auch ein Ronde Vue. Okay. Das heißt, wir sollen auf jeden Fall ein Ronde Vue im Moon Orbit machen und auch zwei Raumfahrzeuge dort docken in letzter Instanz. Ich denke, das kriegen wir alles hin. Deshalb nehmen wir den jetzt natürlich mal an, weil ich würde gerne in diesem Karrierepfad weiter folgen. Ähm, wir werden uns noch zusätzlich, äh, sobald hier ein bisschen komplexere Missionen, ich hab das mitbekommen, ihr habt mir Feedback gegeben, auch diese Satellitenmissionen würde euch interessieren. Eine Äquatorialumlaufbahn ist jetzt nicht so super spannend. Ähm, ich warte da auf einen etwas spezifischen Orbit, um euch das mal, äh, zu zeigen, wie man dann in einem bestimmten Orbit einen Satelliten absetzt. Das machen wir da mal. Oh, hier wäre aber auch der Satelliten einer Umlaufbahn von Moon. Hm, ich würde es gerne um Körben haben, deshalb nehmen wir jetzt erstmal die mit. Und jetzt gehen wir zum Fahrzeugbau über. Also, ich würde das Ganze basieren auf unserer Rettungsmission. Die ist nämlich, glaube ich, eigentlich ganz gut, äh, ausgelegt auf sowas. Ähm, wir müssen jetzt nochmal gucken, ob unsere Rettungsmission ausreichend, äh, Kapazitäten hat. Wir nennen sie dafür, falls wir das umbauen, mal die Moondocking 1. So, insgesamt ist unsere, unsere Mission mit 5.900 Delta V eigentlich ganz gut ausgestattet. Wir brauchen ungefähr, ähm, wir brauchen ungefähr 3.400 Delta V in den Orbit. Wir brauchen ungefähr mit allen Korrekturen nochmal 1.000 Delta V, um zum Moon zu kommen. Und haben dann immer noch deutlich über 1.000 Delta V frei, um zurückzukommen. Ist also erstmal nicht schlecht, so wie sie, so wie sie jetzt gebaut ist. Kann man tatsächlich einfach so lassen. Ähm, die, äh, der Punkt, der jetzt ein bisschen, ähm, ich hatte es ja eben angesprochen, ein bisschen tricky ist. Man könnte jetzt noch, aber das ist eher so eine Feinheit, ähm, die RCS-Düsen nach hier oben setzen an die Kapsel, äh, um dafür zu sorgen, dass wir uns eben nochmal wegbewegen können, nachdem wir abgedockt sind. Die andere Alternative dazu ist, und die lasse ich jetzt auch so, da müssen wir nicht besonders viel ändern, einfach zu sagen, hey, dock die Kapsel halt ein bisschen eher von dem Service-Modul ab, dann haben wir den ganzen Terz nicht und müssen uns da nicht mit solchen Problemen beschäftigen. So, ich werde jetzt aus der Wissenschaftssicht nochmal gucken, ich weiß gar nicht, was haben wir schon am Moon gemacht? Wahrscheinlich schon alles von dem, was wir mithaben, oder? Ich glaube, da ist gar nicht so viel Spezielles. Ähm, wir können das mal kurz nachgucken, ähm, das könnt ihr sehen, das wäre vielleicht auch mal Zeit, euch das zu zeigen. Ihr könnt im Research and Development, wenn ihr reingeht, neben dem Technologiebaum gibt es ja auch ein Archiv. Da könnt ihr euch immer angucken, was habt ihr denn schon gemacht? Und da können wir jetzt natürlich auf Körben gehen und da auf den Moon und können jetzt einmal gucken, in der Situation im Weltraum hoch, haben wir schon Atmosphärendruck gemacht, wir haben Crew-Bericht gemacht, wir haben Eva-Bericht gemacht, wir haben Materialuntersuchungen, Mysterioserschleim und Temperaturscannen gemacht. Und im Weltraum tief, seht ihr, wir haben sehr viele EVA-Berichte, aber wir haben auch den Temperaturscannen schon gemacht, wir haben den mysteriösen Schleim gemacht, wir haben die Materialuntersuchungen gemacht und wir haben auch den Atmosphärendruck-Scan gemacht. Wir können also jetzt über das Archiv nachvollziehen, okay, alles gut, wir brauchen keine von den Experimenten, die wir momentan haben, mitnehmen, aber, was wir natürlich gucken können, wir haben 703 Forschungspunkte, können wir uns vielleicht irgendwo ein neues Experiment holen, was wir so noch nicht hatten. Wir gucken jetzt mal hier rein, in der Starkstrom-Elektronik, Elektrotechnik, gibt es Batterien, eine Brennstoffzelle und ein Temperaturregelungssystem, schade eigentlich. Und in der Elektronik gibt es eine neue Antenne, das Kommuneutron, es gibt den seismischen Beschleunungsmesser, das ist ein Experiment, aber, aber, das Ding funktioniert nur am Boden eigentlich, aber steht es hier irgendwo explizit. Damit waren Daten zurücksetzbar. Im Flug funktioniert der Beschleunungsmesser immer noch, damit man ein Doppel-C den Tempo-Zuhlungs aufzeigen kann. Die Garantie erlischt, wenn es geht. Haben Sie das geändert? Eigentlich kann man mit dem Ding nur auf dem Boden Experimente machen. Bin ich mir ziemlich sicher, aber wir können es der Form halber mal versuchen mitzunehmen, aber ich gucke erst mal, ob es noch ein anderes Experiment gibt, von dem ich ein bisschen überzeugter bin, dass es tatsächlich funktioniert. Im Flug. Aber tatsächlich gibt es hier nur alle möglichen Kapseln und ähnliche Dinge. Reaktionsräder Landedinger Spezialisierte Konstruktionen Nein, leider. Leider gibt es hier in der Richtung gerade keine Experimente für uns. Na gut, dann würde ich sagen, können wir erst mal mit den Sachen, die wir haben, leben. Ist auch nicht so wild. Dann können wir nämlich nach der Mission uns mal ein bisschen genauer mit den Forschungssachen beschäftigen und wir fliegen die Rakete jetzt einfach erst mal so, wie sie ist. Ich würde empfehlen, fliegt es mit Piloten, dann habt ihr SAS. Das hilft ein ganzes Stück weit beim Fliegen der ganzen Geschichte. Dann müsst ihr euch nicht ganz so sehr abmühen und im Prinzip machen wir jetzt zweimal hintereinander den gleichen Start mit der gleichen Rakete, denn wir wollen ja diese beiden Dinge zusammendocken und dafür müssen wir sie natürlich beide in Richtung Moon bringen. Das heißt, wir fangen jetzt einmal an mit Jabediah und fliegen die Rakete relativ flink und hoffentlich auch sauber in den Orbit hoch. Dann schießen wir ihn Richtung Moon raus und ziehen direkt Valentina hinterher in der zweiten Rakete und dafür wie immer, wir werden jetzt mal ein bisschen noch detaillierter auf den Gravity Turn eingehen, um das nochmal zu erklären. Also wenn ich jetzt zünde, was ich mache, um Gravity Turn einzuleiten, sobald meine Piloten Stufe 1 sind, wir hatten es ja schon mal gemacht, ich zünde die Rakete auf Vollschub und gebe ihr so einen kleinen 5 Grad Pitch, also hier immer innerhalb des innersten Kreises in Richtung der 90 Grad mit. Warum eigentlich in Richtung der 90 Grad? Weil Körben sich in diese Richtung dreht. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Schwung in diese Richtung von der planetaren Drehung. Das ist auch auf der Erde so und es ist damit einfacher natürlich in diese Richtung zu starten, statt nach Westen zu starten, weil wir dann nicht nur diese Drehungen negieren müssen, sondern diesen Schwung auch noch zusätzlich aufnehmen. Das heißt, wir zahlen eine doppelte Strafe. Und was ich dann aber mache, wenn man so die 100 und ein bisschen durchbrochen hat, einfach auf Prograde oder rechtläufig drehen und im Normalfall ist es dann so, dass diese Rakete ganz gut ohne meine Unterstützung klarkommt. Wir können sie jetzt wieder ein Stück weit zurückpitchen, weil wir haben über die, also ich nehme jetzt hier gerade Schub raus, wir haben ganz gut Schwung drauf und wir brauchen den Antrieb nicht zwingend, um gerade zu steuern. So können wir die Feststoffbooster einfach fliegen lassen und haben die Kontrolle über die Rakete, hauptsächlich über diese Delta Deluxe Winglets. Und wie ihr seht, haben wir jetzt so einen ganz langsamen Gravity Turn. Der ist eigentlich noch zu langsam, also ich habe durch das Reden ein bisschen spät auf Prograde gedrückt, versucht das einfach so irgendwo zwischen 100 und 120 Meter pro Sekunde zu machen. Dann kommt die Drehung auch ein bisschen kräftiger raus, als sie das jetzt tut. Aber so fliegt euer Körbel dann eigentlich für euch schon mal den Gravity Turn und gewöhnt euch relativ schnell an, das Ding hier im Auge zu behalten. Da seht ihr dann auch schon ganz gut, wie weit ihr mittlerweile seid. Und wenn ihr hier so 70, 80 Kilometer Höhe erreicht habt, ist es eigentlich schon fast okay, dass ihr sagen könnt, okay, ich lasse die Rakete jetzt einfach erst mal driften. Also was wir jetzt machen können, ich mache das jetzt einfach mal, wir lassen ihn jetzt zu Ende brennen mit den Boostern, machen jetzt aus und koppeln die Booster ab. Ich gebe ihm noch mal einen ganz leichten Schub, einfach damit wir die Booster loswerden. Und wir coasten jetzt hoch in Richtung Weltall, weil wir mehr als genug Schwung schon haben und ich einfach durch ganz simples Vorspulen das jetzt aussitzen kann. Wenn ihr mal sehr steil rausgegangen seid, so wie jetzt, dann müsst ihr jetzt nicht versuchen, irgendwie verzweifelt einen perfekten Orbit hinzubringen, sondern lasst euch einfach in Richtung der Apo-Apsis ein bisschen treiben. Das sieht man hier oben. Und sobald ihr der Apo-Apsis nahe kommt zum, was weiß ich, 20, 30 Sekunden vorher, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Schub eure Rakete hat, könnt ihr dann beginnen zu beschleunigen. Ziel ist es immer, eure Umlaufbahn Geschwindigkeit sind so ungefähr 2200 Meter pro Sekunde und das ist so das Ziel, was ihr eigentlich erreichen wollt. Was wir jetzt noch machen können, bevor wir uns wieder ans Beschleunigen machen, wir können das Ferrying wegschmeißen. Das kostet ja alles nur Sprit, so viel mit rumzuschleppen. Und dann gehen wir hier mit Z wieder auf Vollschub. Auf eurer deutschen Tastatur funktioniert das natürlich auch ganz hervorragend auf Y. Bei mir ist es vor allen Dingen deswegen Z, weil ich früher die englische Sprachvariante von KSP gespielt habe. Und wie ihr seht, strecken wir jetzt die Umlaufbahn sehr, sehr zügig in die Länge und beschleunigen. Und damit kriegen wir dann unseren Orbit auch noch relativ entspannt hin und haben nicht unnötig viel Sprit ausgegeben, um jetzt irgendwie hier rumzuschwurbeln. Bei der nächsten Rakete probieren wir den Gravity Turn mal ein bisschen sauberer hinzubekommen. Da werde ich ihn mal händisch fliegen, um euch ein bisschen zu zeigen, wie es eigentlich im Idealzustand aussehen sollte. Das ist aber, wie gesagt, Idealzustand mit der Rakete auch ein bisschen schwierig zu fliegen, weil sie sehr viel Feststoffbooster hat und man dadurch relativ wenig Kontrolle darüber hat, wie sich der Schub in der Rakete entwickelt. So, wir haben jetzt die Stufe leer geschossen, können jetzt also nochmal die nächste Stufe zünden. Die hat nochmal knapp 1000 Delta V, die brauchen wir auch nicht mehr ganz, um hier in den Orbit zu kommen. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil wir ja langsam auch auf die Apo Absis zugehen und bis dahin gerne noch die ganze Geschichte fertig bekommen wollen. Was wir so lange schon mal machen können, ist das Solarmodul ausfahren auf beiden Seiten und damit die Stromerzeugung aktivieren. Und dann ist der Jabediya nämlich in relativ kurzer Zeit schon im Orbit angekommen. Wenn euch so etwas passiert, wie dass ihr der Apo Absis sehr nahe kommt, könnt ihr einfach ein bisschen hochpitchen. Hoch ist in diesem Sinne ins Blaue rein, also in Richtung des Himmels. Und auf der Map könnt ihr relativ gut sehen, wann ihr weit genug hochgepitcht habt. Und wenn die Apo Absis dann einfach vor euch mitläuft, dann reicht das im Regelfall auch aus. Dann seid ihr auch sehr kurz davor, in den Orbit zu kommen und werdet auf keinen Fall mehr abstürzen. Ich lasse das Triebwerk jetzt noch ein bisschen mitlaufen und wir zirkolarisieren das auf die 130 zu 120 irgendwo den Dreh. Das ist letzten Endes jetzt ein bisschen Geschmackssache, wie weit man das treibt. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Orbit angekommen. Das seht ihr auch an dieser schönen Drehung des Bildes. Und dann können wir uns direkt auch schon zum Moon aufmachen. Eine wichtige Sache, wenn wir jetzt zum Moon fliegen, ihr müsst jetzt ein bisschen darauf achten, dass ihr natürlich beide Raketen in der gleichen Umlaufrichtung an den Moon ransetzt. Wenn ihr eine Rakete hier rum vorbeischießt und die dreht sich so rum und die andere so rum, dann wird das echt schwierig, die beiden zusammenzudocken, weil die dann ziemlich schnell im Vergleich zueinander sind. Das heißt, ihr müsst jetzt, wenn ihr euren Kurs gleich bestimmt, um zum Moon zu fliegen, auf jeden Fall dabei achten, darauf achten. Genau. Darauf achten, dass ihr mit beiden Raketen entweder links rum oder rechts rum am Mond vorbei fliegt. Also im Uhrzeigersinn den Mond umkreist oder gegen den Uhrzeigersinn. Wie rum ist letztlich fast egal. Das könnt ihr so halten, wie ihr wollt. Solange ihr nicht irgendwie wieder starten müsst, das macht man auch beim Moon wieder in Richtung Osten normalerweise, kann es euch eigentlich egal sein. Wichtig ist jetzt nur, wir haben hier jetzt einen Anflug, der geht quasi rechts am Moon vorbei, also oder hinter dem Moon entlang, wenn wir seine Umlaufrichtung nehmen und genau in die gleiche Richtung sollte nachher auch die andere Rakete anfliegen, sonst wird es ein bisschen tricky. So, das Ganze haben wir in 17 Minuten. Ihr seht, wir haben hier unten auch schon unsere Zündung vorkalkuliert. Wir richten uns jetzt schon mal auf dieses Manövar aus und ihr seht, wir haben eine Zündung oder eine Schubzeit von 1 Minute 13 Sekunden. Die werden wir zu Teilen noch auf dieser Stufe fliegen und hier sieht man dann das Umschalten mit der einen Leerstage, weil wir das Fairing schon weggeschmissen haben. Das ist aber nicht so wild insgesamt. So, auch hier gilt wieder einfach zum nächsten Manöver vorspulen. Da können wir uns eine Menge Zeit mitsparen, weil so viel Spannendes währenddessen nicht passiert. Und dann werden wir die Rakete einmal Richtung Moon rausschießen und dann den zweiten Start noch machen mit einem etwas hoffentlich sauberen Gravity Turn, um das nochmal auch ein bisschen zu vertiefen. So, ihr seht hier unten, die Zündung wird schon angezeigt in etwas unter 10 Sekunden jetzt. Auch hier wieder über Z beziehungsweise Y sofort auf Vollschub, damit die Rakete losfliegt und den Daumen schon mal auf die Leertaste, damit wir gleich das Staging durchziehen können, sobald unser Sprit verschossen ist und wir auf die nächste Stage müssen. Es empfiehlt sich zwischen den Raketen einfach auch einen gewissen Abstand zu lassen, deshalb schieße ich diese Rakete jetzt schon mal los, bevor ich die andere starte, damit ihr nachher nicht in so Aktionen reinkommt wie, oh, ich muss die eine Rakete innerhalb von 30 Sekunden zur anderen Rakete am Moon einbremsen. Riesen Respekt davor, wenn ihr das so exakt schafft, aber wenn ihr es dann so geschafft habt, habt ihr einen riesen Terror, das alles irgendwie in der Kontrolle zu bringen und deshalb hilft der Abstand da schon mal ganz gut. Sobald jetzt das Triebwerk leer ist oder die Tank leer ist, kurz runter stagen auf die nächste Stufe ist eigentlich so unser finales Raumschiff, mit dem fliegen wir jetzt in die Moon Umlaufbahn, werden das Docking durchführen und werden auch den Weg nach Hause wieder antreten. Das sieht jetzt relativ klein und popelig aus, reicht aber vollkommen aus für unsere Missionen, die wir zu fliegen haben, denn insgesamt machen wir keine großen mysteriösen Dinge, wir landen nicht oder sowas und wichtig ist, dass ihr jetzt noch mal guckt, dass ihr so zum Ende des Manöverschen mit X könnt ihr übrigens den Schub jederzeit komplett rausnehmen, nochmal vorsichtig fliegt und ein bisschen langsamer auf die Position geht, um zu gucken, dass ihr euer Manöver so fliegt, wie ihr das ursprünglich mal vorhattet. Ich werde jetzt mit Absicht keine Feinkorrektur machen, weil ich möchte, dass wir das am Moon korrigieren, damit wir das noch mal ein bisschen üben mit den ganzen Kursen und so weiter. Das heißt, wir lassen jetzt den lieben Jebediah fliegen und gehen zurück zum Space Center und werden dort in unserem schönen Weltraumzentrum, wie das Space Center ja auch auf Deutsch heißt, uns eine weitere Rakete nehmen. Ich meine eine ganz klitzekleine Änderung an der Rakete vornehmen, aber das ist einfach nur tatsächlich für mich und für die Optik und zwar macht die Kapsel hier weiß, damit wir später einfach auch den Unterschied zwischen den beiden Raumschiffen gut erkennen können und wichtiger Punkt, wie gesagt, es muss nicht es müssen nicht Jebediah und Valentina sein, aber nehmt wieder einen Pilotin beziehungsweise eine Pilotin für dieses für diese Geschichten da tut ihr euch einen großen Gefallen mit. So, ansonsten lasse ich alles soweit gleich und wir fliegen direkt ab in Richtung Umlaufbahn und was ich jetzt mache ist, wie gesagt den Gravity Turn ein bisschen mehr händisch fliegen und ein bisschen eher den Schub rausnehmen sodass wir mal insgesamt einen etwas schöneren Aufstieg in die Umlaufbahn kriegen alles in allem ist es aber auch wieder Vollschub SRS an und erst zünden und das allererste sobald wir frei sind von den von der Startrampe einen gewissen Pitch reingeben und da ich jetzt weiß dass meine Booster nach hinten raus sehr viel Schub entwickeln kann ich hier auch schon ein bisschen aggressiver pitchen also jetzt schon mal ein bisschen weiter mit der Nase rum gehen also ihr seht jetzt geht das auch ein bisschen schneller mit der Nase abwärts ich gebe ihr jetzt nach oben erstmal noch ein bisschen Bewegung mit das kann sie ruhig machen weil wir auch erstmal ein bisschen Höhe haben wollen und jetzt lasse ich sie auch wieder mit der Nase in diesen Turn reinfallen und ihr seht jetzt kriegen wir natürlich durch das Vorpitchen schon mal sehr sehr viel aggressivere Drehung rein als wenn ihr jetzt die 45 grad erreicht habt könnt ihr zum beispiel über einen einfachen klick auf stabilitätsassistenz hier oben die rakete auf dieser höhe fangen und lasst sie dann einfach erstmal mit 45 grad fliegen das ist eigentlich so der ideale winkel am anfang um schon mal höhe zu gewinnen und was ich jetzt mache ich nehme jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen den schub unseres mittleren triebwerks raus und ihr seht die apoapsis steigt jetzt deutlich langsamer aber wir kriegen schon mal deutlich geschwindigkeit rauf eben weil wir mehr in richtung unseres orbits fliegen und nicht ganz so viel von unserer leistung gegen die gravitation verschwenden weil es geht bei einem orbit zu ganz großen teilen nicht so sehr um die höhe sondern es geht eben darum geschwindigkeit aufzubauen und ihr seht durch die geschwindigkeit kommt von ganz alleine die die höhe mit dazu denn wir haben jetzt auch schon wieder eine apoapsis von über 70 kilometer also wir sind im weltteil angekommen ohne größere probleme das war ein bisschen schnell eben weil die weil die booster hier auch eine gewisse kraft entfalten die station war jetzt aber auch gemütlich weg ich lasse nur noch ganz leicht gerade den antrieb brennen damit wir von den boostern frei kommen und auch jetzt gehe ich wieder eine coasting phase über und wir sind diesmal deutlich deutlich flacher rausgegangen und was ihr sehen werdet wenn ihr das macht ist dass ihr hier eben schon einen ganz guten teil eures orbits beschleunigt habt das was wir jetzt an energie rausgegeben haben ist eben nicht auf die 130 kilometer hoch gegangen sondern ist in den orbit reingegangen und wir haben dadurch eine bessere effizienz als wenn wir die ganze zeit nach oben brennen gegen die gravitation und uns versuchen da frei zu kämpfen das heißt übt ein bisschen mit diesen gravity turns das ist wirklich eine übungssache das klappt nicht beim ersten mal das klappt auch nicht beim zweiten mal und wie ihr seht klappt das auch beim tausendsten mal manchmal noch nicht perfekt aber je mehr man sich damit ein bisschen beschäftigt und einfach weiß dass man es versuchen sollte diesen gravity turn hin zu bekommen umso schöner und besser werden die mit der zeit und je sauberer euer gravity turn ist umso effizienter geht ihr mit eurem sprit um und kommt umso besser mit umso kleineren raketen an das ziel an das ihr kommen möchtet gravity turn sind übrigens nicht nur beim start auf kürben wichtig die könnt ihr auf jedem planeten und jedem mond benutzen wenn ihr auf etwas unterwegs seid was keine atmosphäre hat könnte den gravity turn sehr sehr schnell am anfang machen auf kürben machen wir den erst so spät damit wir nicht verglühen ihr habt ihr jetzt gesehen beim wieder beim aufstieg das wird halt ein bisschen warm wenn man sehr schnell durch die tiefe atmosphäre geht so ich lasse ihn jetzt gerade hier noch mal ein bisschen das dann fliegen mache währenddessen meine solarmodule auf wir haben jetzt noch ein bisschen zeit bis zur apoapsis 50 sekunden knapp und jetzt beginne ich auch hier wieder zu zünden um den rest unseres orbits fertig zu fliegen und hier können wir zum beispiel auf den horizont runter pitchen weil die höhe uns eigentlich insgesamt reicht und wenn nur noch geschwindigkeit aufbauen wollen und schieben jetzt die apoapsis einfach für uns her auf einer relativ gleichbleibenden höhe auch in eine sichere umlaufbahn die jetzt ein bisschen niedriger ist als von der anderen rakete aber uns insgesamt eben auch nicht so viel sprit gekostet hat wie mit der anderen rakete weil wir uns da so sehr nach oben gezimmert haben gut auch hier gilt natürlich wieder weitermachen auf der zweiten stage andere stage einfach abwerfen und wenn ihr die apoapsis sehr weit vor euch her schiebt dann könnt ihr zum beispiel ein bisschen tiefer pitchen wenn ihr die apoapsis sehr nahe habt das hatten wir ja vorhin könnt ihr ein bisschen höher pitchen ich gehe jetzt einfach auf dem horizont und alles ist gut die werde ich jetzt ziemlich vor mir her treiben und wir werden wahrscheinlich eine relativ hohe apoapsis nachher kriegen dadurch dass wir dass sie soweit von mir weg ist eine ideale entfernung zur apoapsis wenn ihr sie beherrschen könnt vor euch weg ist so 20 bis 40 sekunden das ist geschmackssache man kann sie auch direkt reiten wenn man ein bisschen nervenkitzel braucht im großen und ganzen reicht das aber was ich jetzt mal mache ist einfach weil wir schon 111 kilometer haben ich gehe aus dem also ich habe den schub jetzt rausgenommen die kurz in zeitraffer und gehe einmal auf die apoapsis drauf also ich lasse mich diese drei minuten wieder treiben oder auch coasten und sobald ich da angekommen bin mache ich einfach noch mal ganz kurzen burn direkt auf der apoapsis das ist einfach der effizienteste punkt um meine periapsis nach oben zu drücken weil ihr seht hier verändert sich jetzt fast gar nichts und mein gesamter schub geht in die preapsis rein und letzten endes solltet ihr mal gucken dass ihr so 80 90 kilometer höhe habt wenn ihr ein burn zum moon zum beispiel startet einfach damit ihr nicht ausversehen wieder in die atmosphäre eintretet so gleiches spiel in grün wir setzen uns das wieder als ziel und jetzt kommt wieder der wichtige punkt den ich vorhin erwähnt hatte jetzt um himmels willen nicht vergessen dass wir hinter dem moon angeflogen sind das sollten wir jetzt tunlichst mit dieser rakete auch machen sonst kommen wir nämlich in ganz ganz große probleme rein und deshalb zielen wir jetzt einmal in richtung nun zack und dann sehen wir auch schon okay super wir kommen auch hinter dem moon entlang das hilft uns wirklich auch und jetzt können wir hier noch ein bisschen rumspiel ich das ist jetzt einfach so wie es ist und ihr seht jetzt guck mal jetzt sieht man auch was hat uns dieser gravity turn gebracht ganz ganz andere nummer wir fahren viel mehr dieses nächsten manövers noch auf dem anderen tank weil wir viel mehr sprit übrig haben und damit einfach auch sehr viel effizienter waren erwiesenermaßen und haben dann in dieser stufe einfach noch mehr sprit für den späteren verlauf unserer unserer mission das ist also der effekt der letzten endes passiert wenn wir sehr saubere und gute gravity turns fliegen so wir machen uns jetzt bereit für den burn zum moon raus und dann haben wir nämlich gleich zwei raketen die unterwegs sind und werden dann in der nächsten folge diese beiden raketen am moon oder in moon orbit zueinander bringen um sie dort gemeinsam anzudocken und damit unsere nächste herausforderung zu lösen die uns wahrscheinlich auf apollo style missionen vorbereiten soll auf jeden fall aber auch mal interessantes weil docking in einer umlaufbahn von einem anderen himmelskörper natürlich auch immer eine gewisse herausforderung ist einfach auf der psychischen ebene weil man halt mal woanders ist und nicht den planeten unter sich sieht ich finde dockings über körben macht man relativ viel durch rettungsmissionen und solche geschichten aber es ist gut wenn man es auch mal woanders übt weil man sehr sehr gutes geld verdienen kann mit missionen in denen man irgendwelche dinge im moon orbit anlockt so auch hier lassen wir das triebwerk wieder einmal durchlaufen bis wir unser manöver erreicht haben das passt nicht mehr ganz auf dem jetzigen triebwerk und uns bleibt dann nachher diese kleine rakete übrig ja und dann werden wir mal sehen dass wir in der nächsten folge auf jeden fall den orbit zirkularisieren zweimal am moon und dann mal gucken dass wir auch noch mal ganz ganz spezifisch auf die verschiedenen manöver eingehen wie man zwei orbits zueinander anpasst und die gefährte letzten endes in sauberes rendezvous bringt und auch in ein sauberes docking bis dahin viel spaß beim ausprobieren und nachspielen mein name ist robert und tschüss empieza auf 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 d d b Untertitelung des ZDF für funk, 2017